happy birthday herzlichen glückwunsch an alle die heute geburtstag und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute days after und ja wir werden mal loslegen okay da sind wir auch schon ist meine nase leuchtet so toll ich habe probiert weg zu machen nicht geschafft egal kommt noch wir nehmen das mit ich habe gestern noch mal ein bisschen gespielt ein bisschen vorzubereiten ich zeige euch jetzt meine neue hütte hier sind die beiden felder kann man ja schon die beiden kocher kann man auch schon die beiden stand vorher der andere seite rechts der turm steht ja auch mal da hier ist mein haus und nebenan haben wir jetzt weil ich habe den hier gebaut und da brauchte ich nur als platte und konnte nie einfach draußen stellen wir die anderen beiden sachen er kommt dann brauche ich mehr kleine hütte wo halt alles reinkommt gut an die hunde haben war da habe ich den neuen hund den ja den hunter heißt der hier oben das habe ich schon alles fertig shop händler hier habe ich auch meine tasche ist auch noch voll muss ich auch leer machen ich habe da ja diese weintraum weintraum diese berries wer sind die werden eigentlich das kann man doch schon naja einfach werden stellen wir die ganzen sachen zur seite packen hier kommen wieder die zähne rein und die ohren und das war's ich habe ja was zu trinken einmal verwenden schmeißen wir hier rein auch wenn er schon voll ist hier haben wir brauchen hier noch nägel und sein das seite war das eine fertig gewesen ach ich mache ja jetzt hier schon stoffe keine seite mehr krass krass okay stoffe brauche ich viel Oh, die Bretter kann ich auch schon mitnehmen. Bretter habe ich noch hier ein paar. Oh, die letzten 20 Bretter. Ich habe zu viele Steine. Ich weiß gar nicht, was ich mit den Steinen machen soll. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Das rote habe ich nicht. Steinkohl habe ich nicht. Die Steine habe ich auch nicht. Rote habe ich nicht, die Steine habe ich nicht. Die habe ich und da habe ich ein paar von. Ich finde mir noch der Kleber. Ja. So, weiter auspacken. Die Tasche jetzt. Zack, der rüber. Hier kommt rein. Das Ganze. Die Milch. Ne, was ist das? Haushaltschemikalien. Und Cola habe ich noch. Alles voll hier. Ah. Ach, komm. Schmeiß mal da rein. Ne, bleib noch hier. Habe ich Verbandskasten mit. Meine Schuhe sind gleich kaputt. Was ist Essen noch mit? War doch Essen, ne? Ja. Essen nehmen wir mit. Und Schuhe. Habe ich noch ein paar von. Okay, dann gehen wir mal zur nächsten Runde. Ach, ich wollte noch umgucken. Beinah vergessen. So. Spielen wir. Bei Betty. Oh. Ich nehme mal die Mitte. Es geht so schnell, da komme ich nicht hinterher. Ich habe gestern auch immer nur die Mitte genommen. Ich habe da fünfmal hintereinander richtig gehabt, deswegen bin ich da jetzt so weit rum. Viermal. Ich glaube nur viermal war das. Dann gab es immer einen Bonus. Oh, Sympathiebonus. Danach kamen zwölf. Und dann 24. Hat sich immer verdoppelt, die Punktzahl. Hm, keine mehr. Was kriege ich jetzt? Geschenkt? Fleisch für die Hunde, das ist gut. Weil ich ja das ganze Wochenende weg war. Ich kam mal gestern sozusagen erst wieder. Hatten die Hunde auch kein Essen mehr. Das war Essen. Und Tee. Ach so, ich kann auch einmal drehen. Machen wir mal. Video angucken. Bis gleich. Okay. Dann drehen wir jetzt mal dran. Ich konnte gerade schon einmal drehen. Habe ich gar nicht gesehen. Gemerkt. Gesehen. Gemerkt. Oh. Eine neue Brust. Habe ich nicht noch eine? Schauen wir mal an. Hier habe ich noch mal kurz was gucken. Okay. Weiter jetzt. Drehen wir hier mal. Ach. Na, sie kriegelt. So passt. Alles dem. Alles dem. Alles dem. Dann. Ich habe es abgeholt. Ach. Genau. Ich wollte hier. Die Bärne erstmal rein. Hier oben die Wiese rein. Die ist schon voll. Dann nach. Da oben die Wiese rein. Die Brust packen wir mal in der Truhe. Und nochmal Stoffe nachladen. Um. Damit ich noch Seile machen kann. Zack. Also. Das, das, das. Holz muss ich noch unten nachfüllen. Ich habe gar kein Holz mehr. Na gut. Also ich habe kein Holz mehr. Dann geht es mal los. Dann zahle ich euch wieder die Karte. Das dauert ja nicht lang. Es ist ja nur ein paar Sekunden hier die Ladezeit. Kann ich es nicht einmal wegdrücken. So. Was ich jetzt immer mache. Ich gehe als erstes mal hier dreimal rein. Erstmal gehe ich rein. Kill die ganzen Zombies. Dann sammle ich die Sachen ein. Und dann den Rest. Und ich gehe auch nicht mehr in die beiden hier rein. Ich gehe jetzt in meinen den rein. Und in den da rein. Den habe ich gestern geholt. Und das hat auch immer so vier. Muss ich immer vier mal reingehen. Einmal die Zombies killen. Die gekillten Zombies den Loot mitnehmen. Und so weiter und so fort. Aber jetzt wollte ich denken. So ein Flugzeugabsturz. Das habe ich gestern gesehen. Gehen wir da mal hin. Zweieinhalb. Kann ich es schaffen. Das sind Banditen da. Oh. Gegner. Da bin ich mal gespannt jetzt. So. Go, go, go. Was habe ich hier noch? Also wie immer. Okay. Erstmal muss ich hier oben durch. Oh, meine Schuhe kaputt. Einschlag. Und schon meine Schuhe kaputt. Ausrüstung. Warte, 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 warte. Das ist einer zu viel. Das ist einer zu viel. Das war einer zu viel. Wiederbetretung. Oh, die kommen immer zu zweit. Okay, komm. Tu mir was aus. Ah, diese Banditen sind das. Ich habe nichts mehr zum Heilen. Warte doch, ich habe noch mein Essen hier. Aber mein. Hose. Fast kaputt. Okay. Bevor der Wolf mitkommt. Ja. Hm, Wasser. Okay. Da ist Wolf. Wölf. Alleiner. Nein, da ist noch einer. Okay. Hammer. Ich glaube, da braucht er auch mehr wie drei Besuche. Zwei Wölfe. Die spinnen doch, die Wölfe. Die man beim ersten Angriff mal richtig schaden. Deswegen einmal kurz rausrennen. Betreten. Okay. 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 Ich hab nix was zum Zuttern. Oh, ein Schwein. Ich hab Prügel, der Schwein. Ach, das war ja gar kein Geh. Das war ein Reh. Aber meine Hunde haben auch Hunger. Ich brauch nicht wenig was zum Futtern. Bis dahin hab ich nur Essen für meine Hunde. Ist da Essen drin? Essen, Essen. Ach, kein Essen. Ist nur ein Mensch da. Und ein Wolf. Schau mal bei der Kiste nach. Vielleicht ist da ja was zum Essen drin. Auch nicht. Aber hier sind sehr viele Seile. Ah, zwei Wölfe. Ach, beide. Beide haben mich gesehen. Bei mich nur einer. Wollte mich da gerade beißen? Noch einmal reinlaufen. Wenn es jetzt nicht klappt, dann... Muss ich... Erstmal... Zurück Hause. Das sind auch zwei. Ach, überall sind immer zwei. Das gibt's doch nicht. Essen. Für die Hunde. Drei sind sogar da. Drei Stück. Boah. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss... Zurück. Okay. Wir sind wieder zurückgelaufen. Weil mit so viel Leben brauche ich da nicht weitermachen. Bevor ich jetzt mein ganzes Essen verbrate, gehe ich hier... Ach, ich gehe gar nicht ins Bett. Ich hab noch von gestern. Mist. Das geht ja gar nicht. Was machen wir denn jetzt hier? Erstmal... das Futter... den Hunden geben. Böschön. 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 Ah, schon fast zwei Tage. Das ist gut. Fast zwei Tage. Handschuhe... und Kopfbedeckung ist kaputt. Ähm... Dann fahr ich erstmal die da rein. Taschen... Taschenleerholpen. Ich bräuchte nur noch Nägel. Drei Nägel? Drei Nägel? Drei Nägel? Die hab ich doch irgendwo... Aber irgendwo... eingebaut. Ja... Ich bin das. Fifi. Wie hieß du? Ich hab deinen Namen vergessen. Ah, nee. Du kommst woanders rein. Dich brauche ich gleich. Ich muss nämlich eine Mütze bauen. Was denn wie eine Mütze? Was brauche ich? So eine Mütze? Gras? Oder? Ein Seil? Ein Leder? Und ein Tuch mehr? Also Gras. Und wo hier hätt ich genug Tücher? Seil, Seil, Seil. Hier schon mal Gras. Ah... So viel. Das Gras. Nimm mal mit. Ach. Den Schoff hab ich auch weggegeben. Gar nicht heute. Stoff brauchen wir noch. War es viel Gras? Oder... Viel Gras war es, glaube ich. Vier, vier, vier. Ja. Fehlt noch zweimal Gras. So, sogar zwei fertig. Okay. Mütze. Zack. Jetzt kann ich die Stoffe wieder... Ich schmeiß lieber hier rein. Nicht, dass ich so oben wieder reinschmeiße und dann keinen Stoff mehr habe für eine Mütze zu bauen. Ich hätte das zwar noch rausholen können, aber... Die Stoffe darum brauche ich ja auch. Und dann geht's wieder zurück... Ah... Ich glaube... Schauen wir mal. Hose und Schuhe brauche ich mal. Hose und Schuhe. Hose... Schuhe... Und... Eine zweite Waffe. Und... Aber erst muss ich... Meine Energie hier... Auffröschen. Zack, zack. Die anderen Sachen... Nicht. Der gibt mir nur Wasser. Nee. Und... Bis gleich. Wir sind wieder da. Ähm... Obwohl... Ich muss erstmal hier was futtern, ne? Wie viel hat der gegeben? Zwei... Vier... Sechs... Der gibt also sechs. War der alleine? Nein. Und... Bei 46 fängt der an. Der gibt... Der gibt mehr. 54. Der gibt acht. Das ist kostenlos, ne? Ich glaube, die zwei Wölfe... Sind am leichtesten... Bin mir nicht sicher. Woa... Das sind hier noch mehr. Dann mal was... Hier... Hier ist bisschen schmaler die Stelle. Ok. So... Wie viel... Sind da jetzt noch? Ein Mensch ist noch da oben. Und das sind auch noch. Da links steht auch noch einer. Der hat mich nicht gesehen. Und da steht noch einer. Die Hose kaputt. Schnell bisschen weglaufen. Äh... Die Hose anziehen. Das verwenden. Musst du ja... Bei über 50 sein, sonst... Könnte ich jede Minute... Umfallen. Ne... Da wurde ich hin. Wir nehmen erstmal die... Kürbisköpfe. Obwohl ist egal. Das geht schneller. Über 50? Nein. Kommt da nicht. Mist. Ja... Jetzt nehmen wir noch. Kürbisköpfe. Ach... Nein. Ich schaff das nicht. Boah... Zwei HP. Holy shit. Das war ja knapp gerade. Schuhe kaputt. Das sehe ich gerade. Spannend. 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 Boah. Boah. Mensch. Ach. Entschuldigung. Foah. Noch mal was futtern. Über 50 kommen. Was haben wir da oben... Ein Bandit. Okay. Dann noch was futtern. Wieder über 50 kommen. Dann noch ein Bandit. Und nochmal futtern. Ah, alter Walter Mist. Das sind zu viele. Das war ein ganz großer dabei, ich glaube, das ist der Boss. Da. Nochmal rein. Also, ich habe nichts mehr zum Essen. Ja, geht doch. Hier die Bären noch. Hohes Fleisch habe ich auch noch. Was haben wir hier dritte? Da ist auch noch eine Tasche. Über 50 müssen wir. Okay. Und den letzten erstmal auch noch, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Über 50. Fertig. Fertig. Und dann würde ich sagen, gehe ich jetzt mal hier nach unten. Das sind noch mehr Leute. Ach nein, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Leute gibt es denn hier? Drei Leute sind das hier noch. Ist auch ein Boss dabei. Okay, das ist gut. Das ist nicht gut. Ich sage dir, das ist nicht gut. So, gestorben. Wir sind gestorben. Wir starten jetzt hier wieder am Anfang. Können wir was anziehen. Schauen wir kurz das Video an und nehmen wir hier die Schwefel oder was das da ist. Okay, weiter geht's. Achso, wir müssen noch abholen. Erhalten habe ich schon. Gut. Können wir Sachen loswerden. Oh, ich habe da was ich brauche gerade gesehen. Und da, eine Kabeltrommel. Und hier, Kabeltrommel, Steinkohle und Stein. Hier haben wir Kleber, Bretter und Stoffe. Dann habe ich noch hier diesen Zahn. Ich muss, glaube ich, mir was zum Essen warm machen hier. So. Zwei Kohlen. Habe ich noch. Da auch. Entschuldigung, Hunde. Ich habe nichts mehr zu tun. Ich muss hier was zum Essen warm machen. Das brauchen wir. Schuhe? Nein. Wir brauchen nur... Schuhe kann ich mitnehmen. Rucksack. Ne Waffe. Ne Waffe. Ne Waffe. Kann ich noch mitnehmen. Boah. Alles leer. Gestern war die voll die Kiste. Na ja. Nicht ganz voll. Warum ist denn der Zahn da drin? Kommt er noch da unten rein? Okay. Dann geht es wieder los. Wir sind wieder hier. An unserem Lieblingsort. Ich würde sagen, wir rennen erstmal nach unten rechts. Da habe ich ja schon einen Menschen gekillt. Also müsste nur noch eigentlich zwei da sein. Jetzt müsste auch einer da sein. Da oben ist er. Okay. Das waren alle hier unten. Dann gibt es nur noch da oben diese drei. Mit dem Boss. Mit dem Chevel. Waaaah. Hat er grad gar nicht geschlagen, ja. Hat er sich immer weggedreht? Wo hab ich ihn gedrückt? mein lieber schalte das war ja völlig daneben so schule habe ich noch mein rucksack ist kaputt ich brauche also bretter und stein und gras ich glaube viel gras war das zwei bretter Prozent Prozent Steine ich brauche Fell Krass, mal überlegen, wie der Stein oder Stein, oder? Bleib doch! So, fällt bitte zwei! Einfällt! Wie viel fällt brauche ich? Ich glaube, zwei war das. Äh, ich brauch wieso noch Gras? Gross! Da ist nur ne Kiste. Oh, Futter! Schön! Den da erstmal rein. So eine Mist! Wo ist denn Gras? Gibt es hier kein Gras mehr? Da ist krass! Hahaha! Gut! Das ist auch krass! Okay! Dann brauch ich noch ein Fell! Oh, ein Wolf! Oh, ein Wolf! Oh, ein Wolf! Hm! Oh, der Hubsack ist wieder da! Dann... Äh, geh ich jetzt nach unten, hol mir... das Futter! Und das Futter! Dann brauche ich jetzt so den hier... Ich brauch ne stärkere Waffe auf jeden Fall! Hey! Hey Arschloch! Ja! 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 Ah! Und... Ich hab nur noch... Und... Nein! Boah! Das gibt's doch nicht! Bis gleich! Gut! Hier sind wir da! Ähm... Es ist nur noch der eine Boss da! Dann werden wir jetzt den Kampf wagen! Den krieg ich nicht kaputt! Na gut! Dann würde ich mal sagen... Das war's für heute! Ich bin tot! Schon das wievielte Mal? Keine Ahnung! Aber... Ihr habt ja gesehen! Der haut mich aus dem Lehm! So... Ein Mist! Gut! Dann... Dankeschön fürs Zuschauen! Ich würde mich freuen, wenn ihr mal nicht selber seid! Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen! Ciao! Tschüss! Ja! Tschüss! Tschüss! Dies mit dem video!